Viele Leute, die hier sind, sehen einen sehr großen Unterschied darin, Metasploit zu benutzen, zu hacken und andere automatisierte Exploit-Tools zu arbeiten. Aber das sind immer noch Möglichkeiten, ein System sehr einfach und sehr schnell zu analysieren. Und gestern und heute haben wir über Software geredet, über Hardware-Feder geredet. Hardsploit möchte es vereinfachen und diese Vulnerabilities zu analysieren und zwar auf den Geräten. Manchmal ist es einfach nur darum, das richtige Werkzeug zu haben. Und hier, um jetzt das richtige Werkzeug zu zeigen, sind Julian und Grandolais. Einen herzlichen Applaus. Vielen Dank. Guten Abend alle zusammen. Es sind viele hier. Es ist eine große Überraschung für uns. Und ich habe ein bisschen viel Stress. Und ja, lassen wir uns einfach mal anfangen. Mit dieser Präsentation über Hardsploit wollen wir versuchen, das Ziel von dem Projekt zu zeigen. Das Ziel, was wir erreichen wollten. Und wir hoffen, dass wir es erreichen werden. Wir werden die Präsentation mit einer Live-Demo beenden. Und ja, wir mögen es, gefährlich zu leben. Also wir fangen aber mit einer kurzen Einführung an über uns. Ich bin ein Pentester in Software-Produkten. Und darum bin ich ein Teil von der GUI, vom Hardware-Meter-Sploit. Und ich arbeite mit Julien dran. Julien ist ein Elektroniker und auch ein Pentester. Und er ist ein Enthusiast für das Selbermachen von Elektronik. Weil es sehr billig ist und weil es sehr gut funktioniert. Und für Hacksploit arbeite ich an der Hardware. Und der grundlegenden Entwicklungen. Und ich versuche, die Platinen zu entwickeln und den Code für den Microcontroller und den WHDL für das FPGA zu schreiben. Ich hoffe, Sie verstehen, was ein Feldprogrammierbarer Gate Array ist. Und das folgende Effekt wird benutzt. Der Schnittstelle zwischen Hardware- und Software-Sicherheit ist komplett sehr groß. Und wir können nicht wirklich darüber diskutieren. Weil wir lesen viel mehr über die Sicherheit von Software, die jeden Tag repariert wird, im Gegensatz zu Hardware. Und wir denken, dass ein Teil davon ist, dass die Hardware nur ein Weg ist, die Software zu benutzen. Die Hardware ist in der Regel ein Weg, an die Software zu kommen. Und das ist sehr wichtig für das, was im Moment passiert. Ich werde ein paar Sachen, über die Sie gehört haben, Sie haben wahrscheinlich von dem Internet of Dinge gehört. Und die Dinge, über die wir reden, sind Hardware-Produkte. Das sind Dinge von einem einfachen, intelligenten Kühlschrank, die gewisse Geräte kontrollieren, die Temperatur kontrollieren. Und ich weiß nicht, warum Sie vor jedem Gerät smart schreiben müssen, wenn es ein Internet of Things-Gerät sein könnte. Und es geht nicht nur um Computer. Die Frage, die wir uns stellen, ist, die sicherheitsmäßig ist Hardware die neue Software. Wir werden uns viele Produkte anschauen, viele elektronische Produkte, die sich mit einem Netzwerk verbinden. Und wir müssen die Sicherheit von denen uns anschauen und analysieren. Und um die Sicherheit von Software anzuschauen, haben wir sehr viele Werkzeuge. Es gibt große Services, große Hilfen. Wenn man sie mit den Hardware-Komponenten vergleicht, dann sieht man, dass dort viel weniger Lösungen vorhanden sind, die implementiert wurden. Und wir glauben, dass das... Und es dauert viel Zeit vom Entwickler. Zum Beispiel einer von unseren Kleinen hat sich gefragt, nachdem er einen Audit-Report von seinem Produkt gezählt hat, habt ihr es geschafft, meine Firmware zu bekommen? Und das war sehr einfach. Wir haben den selben Weg benutzt, den sie benutzt haben, um die Firmware draufzutun. Und ja, das stimmt. Und ja, grundlegend. Wie funktioniert Hardware-Kin im Moment? Also jetzt nehmen wir uns mal vor, wir haben ein Ding vor uns, ein Objekt, ein elektronisches Produkt. Und wir wollen schauen, die Daten, die da drauf gespeichert sind, auslesen. Also der allererste Schritt ist, wir versuchen, das Produkt zu öffnen. Manche versuchen heutzutage dagegen zu schützen, dass das Produkt wirklich schwer öffnbar ist. Aber das ist nicht wirklich die beste Lösung. Wenn jemand wirklich das Produkt öffnen möchte, wird er das können. Der wird dann nicht nur zurückbauen, wieder funktionsfähig zu machen, aber sie können es auseinandernehmen. Der zweite Schritt, Fingerprinting. Das heißt, wenn man das Ding öffnen hat, dann kann man wahrscheinlich eine Platine drin finden und da sind viele Komponenten drauf. Und dann muss man nur die ganzen Datenblätter von den einzelnen Dokumenten durchlesen und die interessanten finden. Und dieser Schritt bedeutet einfach, dass man viele Datenblätter lesen muss. Und wenn man herausgefunden hat, wo interessante Komponenten sind, Microcontroller oder Flashchips, dann kann man die benutzen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man kann die Komponente ablöten und in einem anderen Gerät sie benutzen. Oder man kann sich direkt mit dem Werkzeug, das man benutzt, mit der Komponente verbinden und dort dann eine Analyse durchführen. Und dann, wenn man mit dem Chip verbunden ist, dann kann man versuchen, auf der Lese- und Schreiboperation durchzuführen. Und wenn man die Daten hat, dann versucht man herauszufinden, was der Prozess macht, um herauszufinden, wo da irgendwelche Fehler drin sind und diese auszunutzen. Das ist unser Grund, unser Ziel, alle Daten runterzuholen. Und das ist, was wir wirklich machen wollen. Darüber hinaus wollen wir auch noch den vierten Schritt machen. Wir wollen, dass es einfach ist. Und die ganze Daten, die wir haben, soll jemand, der Datensplätter sieht oder der ein oder zwei Kabel dran lötet, der soll in der Lage sein, das machen zu können. Also unser Ziel ist, diese Brücke zu erstellen zwischen der Hardware und der Software. Und in den meisten Fällen wird ein Software-Pentester wissen, wie die Software funktioniert. Aber wenn man ihm eine Hardware gibt, dann ist es teilweise komplizierter. Und das Ziel ist, heutzutage ist es, ein Werkzeug zu erstellen, das diese Brücke darstellt, um eine einfache Methode hat, dieselben Daten runterzulesen, wie ein Software-Pentester sie auch hätte. Was ich vorher gesagt habe, ich arbeite nicht viel mit Hardware-Zeug. Und ich sollte in der Lage sein. Und jetzt kann ich jetzt auch mit Silikon-Komponenten arbeiten. Silikon-Komponenten. Und das ist häufig nur eine Frage der Dokumentation. Und man muss, das Einzige, was man über Elektronik wissen muss, sind, wie man und wo man diese Dokumentation findet. Also, warte mal, warum möchte man diese Daten kommen? Das ist ein bisschen eine dumme Frage, aber weil da natürlich sind viele interessante Informationen in dem Arbeitsspeicher. In dem Microcontroller, man kann den Passwörter vielleicht darin finden. Ich vernehme es in einer Sticky Note unter einem Computer, unter dem Post-It, dem man den Passwort unter der Tastatur. Und man kann das Filesystem und die Firmware finden. So, die Software, die da drauf läuft, die Teilen, die da drauf sind. Und manchmal kann man auch nur wissen, das Ding, was man da gerade gekauft hat, ist vielleicht auch was das macht. Also, wie kommt man an eine elektronische Komponente kommunizieren? Man braucht einen von diesen Bussen. Also, hier sind die, eine nicht komplette Liste von den Bussen. Wir haben den SPI und I2C und JTAG. Und je mehr Bussen unterstützt werden, desto mehr können wir mit unterschiedlichen elektronischen Komponenten kommunizieren. Und das ist das, was unser Werkzeug machen möchte. So, vielleicht fragen Sie sich, ich weiß ein paar Werkzeuge, die existieren. Und die können dasselbe machen. Einige Aspekte machen. Und einige Leute fragen uns diese Frage. Und wir haben nur einen kleinen Überblick über die existierenden Werkzeuge gemacht. Zum Beispiel der Bus Pirate oder der JTAG Auditor. Das sind auch gute Werkzeuge und wir benutzen die auch. Aber, weil wir sie benutzen, wissen wir, was sie können, aber auch was sie nicht können. Und wir haben sie uns angeschaut und haben uns davon inspirieren lassen. Zum Beispiel haben wir den Parallel-Bus, also die parallelen Speicher. Und wir fokussieren hauptsächlich an Modularität. Unsere sind basiert, die meisten sind auf Microcontroller basiert, aber wir benutzen auf einem FPGA. Und da kann ein VATL-Software drauflaufen, um die Funktionalität zu verbessern. Wenn ein neuer Verbindungsbus erstellt wird oder veröffentlicht wird, dann können wir das potenziell hinzufügen. Hier seht ihr eine kleine Kommunikationsfolie, wie HardSploid mit der Hardware interagiert. Wir starten mit dem Eingabe-Ausgabe-Level, das GUI, welches mit Ruby entwickelt wurde. Das Interface kommuniziert mit der API und HardSploid ist dann mit USB 2.0 zum Computer verbunden. Und dann kann HardSploid den Mikrocontroller benutzen, um mit dem FPGA zu kommunizieren über den SPI-Bus. Und dann macht das FPGA die grosse Arbeit. Das ist die Komponente, die mit allen Bussen arbeiten kann. Mit den kompatiblen Bussen kann das FPGA nun sprechen und so mit der Ziel-Hardware kommunizieren. Ihr seht die möglichen Interaktionen, Lesen, Schreiben und Kommandos ausführen. Und ja, was ihr halt möchtet, wenn ihr ein entsprechendes Modul in FPGA programmiert, dann könnt ihr auch mit anderen neuen Dingen kommunizieren, die es jetzt noch nicht gibt. Wenn ihr VHDL könnt, dann werdet ihr halt neue HardSploid-Module erstellen können selber. Und das in das FPGA laden. So, ein Prototyp. Wir haben den Prototyp erstellt. Wir haben eine kleine Firma. Darum ist das Ganze etwas Low-Budget. Und für unseren ersten Prototypen haben wir einfach einen PCB gekauft. Hier seht ihr Duct-Type und eine Lochraster-Latine. Und wir haben versucht, mit Lötpaste auf das PCB, also mit einer Schablone, die Lötpaste auf das PCB gebracht. Und danach muss man das Ganze, muss man nur den FPGA oder Mikrocontroller und so weiter manuell platzieren. Und so könnt ihr euer eigenes Board produzieren. Das benutzt etwas Genauigkeit. Das FPGA zum Beispiel hat 64 Pins, die sehr nahe beieinander sind. Es sind 44. Entschuldigung für das. So, der zweite Schritt ist, man hat die Komponenten mit zum Beispiel einer Pinzette platziert und der Lötpaste. Dann kann man diesen leicht modifizierten Ofen benutzen, um die Lötpaste zu schmelzen. Und also ja, hier ist es ein klassischer Ofen, also wie ihr auf dem Bild seht halt. Also es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Aber erst, ja, im letzten Schritt müsst ihr dann die Türe öffnen und gut lüften. Und ja, das nennt man Reflow-Löten. Das ist jetzt die erste Version, also die erste Vorversion des Prototyps. Wir haben ihn Green Goblin genannt, unser großes Baby. Es hat 64 GPIOs, also Input, General Purpose, Input, Output. Und ja, Weihnachten, an Weihnachten hat Julien den Prozess etwas optimiert. Und jetzt mit etwas mehr Budget haben wir ein effizienteres Tool gekauft. Eben eine Schablone, welche die Lötpaste automatisch auftragen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Pick-and-Place-Maschine, welche die Komponenten automatisch platzieren kann. Also das ist jetzt zum Beispiel auch viel einfacher, wenn man halt 64 LEDs platzieren will, dann geht das jetzt viel einfacher. Auch haben wir jetzt einen richtigen neuen Reflow-Oven. Also es funktioniert jetzt ziemlich gut für unsere Hardware. Das Resultat ist die schlussendliche Version des BORs, des PCBs. Es ist natürlich kleiner. Wir haben 64 GPIOs, wie bereits gesagt. Es ist LED für jeden Pin. Und damit kann man sich mit der Ziel-Hardware verbinden, zwischen 3,3 und 5 Volt. Und wir brauchen einen Zyklon 2 FPGA für die Kommunikation. Und wir haben auch Schutzschaltungen, zum Beispiel gegen ESD, also elektrostatische Entladungen. Ja, wie ihr seht, das Ganze ist etwas grösser als euer USB-Stick. Aber ja, ich lege es mal hier vor die Kamera, damit ihr es seht. Wie ist das Ganze jetzt organisiert? Was kann HardSplot? Man kann die HardSplot mit der Ziel-Hardware verbinden. Dann könnt ihr in HardSplot eine Liste von Komponenten erstellen. Zum Beispiel nach Komponenten suchen, sie selber erstellen. Dann habt ihr einen Kommando-Befehlsteil, mit dem ihr Befehle geben könnt an die Hardware. Und ein Interaktionsmodul, wo ihr die Bus-Listen zum Beispiel findet. Also die Liste von Bussen, mit denen man sprechen kann. Und das GUI habe ich die Qt-Library benutzt, mit Ruby und I. Und dann habe ich das in drei Teile unterteilt. Zum Beispiel ein Chip-Management, das eure Komponenten managen kann. Dann ein Verbindungsmanagement und ein Befehlmanager, der Befehle erstellt. Das ist relativ klassisch. Und das sieht ungefähr so aus. Das ist ein Beispiel in der Mitte das erste Fenster, das geöffnet wird, wenn man den Export startet. Wir haben eine Tabelle mit einem unterschiedlichen Komponenten. Der aktuelle Chip, wenn man mit dem speziellen Chip arbeitet, wird er in den Baum auftauchen, auf der linken Seite. Wir haben mehrere Optionen, zum Beispiel Serial. Man kann die Komponente editieren, um eine neue Version davon zu erstellen. Man kann das löschen. Und dann gibt es auch eine Option, mit der man es managen kann. Da kann man die ganzen Busse, die damit kompatibel sind, sich anschauen. Der Komponent benutzt zum Beispiel ein I2C-Bus, ein I2C oder I2C muss. Und man kann die Einstellungen zu diesem Busse benutzen im Kommando-Menü. Dann kann man auch Einstellungen importieren oder exportieren. Und auf der rechten Seite sieht man, wie es aussieht, wenn man ein neues Komponent erstellt. Wenn man die ganzen Informationen über das Komponent sammelt, über die Spannung und den Hersteller und den Datum. Und diese ganzen Informationen, die benötigt werden, um... Man kann sie in der Regel in dem Datenblatt der Komponente finden. Der letzte Teil ist den PIN-Drable. Und wir haben für diesen Komponenten acht Pins. Und wir benutzen nur Pins vier und fünf und sechs. Und wir können sehen, dass das über I2C funktioniert. Und wir können das Signal über den Busse, über diese Pins anlegen. Okay. Der wichtige Teil. Zusammen ist das Wiring-Modul. Da kann man das Ziel zu Hard Sprite verbinden. Und ich sehe keine Farben. Und ich mag es nicht, das blaue und das rosane Kabel zu machen. Wir benutzen Buchstaben. Ne, LEDs. Und hier ist die Datenblatt-Idee. Und wenn man das Exploit geschrieben hat, dann kann man die LEDs benutzen. Und es zeigt eine Idee, eine Repräsentation des Komponents. Und da hat man die PIN-Nummern. Fünf und sechs in diesem Fall. Und wenn man jetzt etwas anschließen möchte, dann muss man nur darauf klicken. Und wenn man darauf klickt, auf diese Pins, dann wird es automatisch die LEDs anschalten. Die entsprechenden LEDs auf dem Board anschalten, dass man weiß, wo man diesen PIN anschließen muss. Für jeden PIN hat man eine LED, die man anzeigen kann, um zu zeigen, wo man diese Kabel anschließen muss. Ich weiß nicht, ob man vielleicht bei anderen etwas anderes nehmen möchte. Teilweise ist es sehr langweilig, die richtigen Punkte zu finden. Und manchmal ist es sehr kompliziert. Wenn man dann den Chip mit MOSI verbinden muss, und wenn man keine Ahnung hat, warum. Wir versuchen, diesen Schritt so einfach wie möglich zu machen. Okay, jetzt möchte ich das überspringen. Wer will das später sehen. So, die API, die Programmierschnittstelle, kann man ganz frei benutzen, wenn man nicht unsere GUI benutzen möchte, dann muss man das auch nicht. Man kann seine eigene Oberfläche erstellen und die API mit den eigenen Programmen benutzen. Es ist offen und relativ gut dokumentiert. Also, macht es einfach. Okay, was ist jetzt schon vorhanden? Wir können mit Parallelbussen arbeiten, wir können einen Helping Wire haben, wir können einen I-Square-AC-Bus benutzen, wir können SBI-Bus benutzen, wir arbeiten mit dem SWD, mit JTAC, und wir können auch 64 GPIOs benutzen für verschiedene Bitbanging-Modelle. Und was wir für die Zukunft machen wollen, zum Beispiel die Komponenten- und Command-Sharing-Plattformen, dass man bei Software kann man die ganze Webseite haben, wo die ganzen Code-Beispiele vorhanden sind, man kann sie runterladen und in den Werkzeugen wie Metasplot benutzen. Und ich möchte genau dasselbe für Hard-Splot haben, dass man die Komponente herunterladen kann mit diesem Befehl und die automatisch in dem eigenen Software integriert. Wir wollen UART-Module haben, RS-232 und SPI-Sniffing und kabellose Kommunikation, zum Beispiel WLAN oder Nordic. Metasplot-Integration auf, natürlich, wenn man einfach ein Modul bei Metasplot startet und man Hard-Splot damit benutzen kann, daran arbeiten wir schon. JTAC-Pinout-Finder, das ist eine Sache, die wir benutzen wollen. Und wenn die Live-Demo ein bisschen polonatisch sein könnte, zeigen wir einen sehr klaren Fall mit Hard-Splot. Und lasst uns das einfach mal vorstellen, wir haben eine Tür, die ein elektronisches Türsystem benutzt. Wir haben einen PIN-Code, den wir eingeben müssen, A, B, C, D, also für Buchstaben. Wenn die Kombination richtig ist, dann gehe ich die Tür auf und wenn die Kombination falsch ist, dann bebliegt sie zu. Und wir öffnen sie und finden diese Platine. Okay. Wir sehen die Platine, es gibt vier Klöpfe, ein B, C, D und den schauen wir uns an, was da drauf ist. Wir sehen einen SPI-Speicherchip, zwei SQC-Speicherchips und einen Microcontroller. und können beschließen, ob wir eine Online- oder Offline-Analyse machen. Wir wollen die Komponenten ablöten oder wollen wir die direkt mit Kabeln verbinden. Das können sich jeder selber aussuchen. Und das ist das Szenario. Wir öffnen HardSplot, wir erstellen den Komponenten, wir connecten den Komponenten mit HardSplot, wir ändern die Einstellung für den Komponenten, und wir schlagen die Firmware runter von den Speicherchips. Wir schauen, was wir damit machen können. Okay. Also zuerst können wir mit dem I2C-Bus ... Oh, nein, das ist nicht das. Okay. So. Dann starten wir mal HardSplot. Der erste Schritt ist Fingerprint, also Komponente suchen. Und glaubt mir, auf dem Board habt ihr einen Speicher irgendwo. Wir starten mal damit. Und in Flagranti haben wir zwei Speicher erwischt. Und ihr seht jetzt, also jetzt müsst ihr halt, herausfinden, welches Protokoll ihr benutzt, um den Speicher anzusprechen. Dazu klickt ihr einfach zuerst auf dieses entsprechende Memory-Bauteil im HardSplot. Und da habt ihr eine Funktion, um den Bass zu scannen. Und danach habt ihr eine Liste mit allen möglichen Adressen. Also das ist sehr interessant, weil wir jetzt einfach mit zwei Klicks sehr viele Informationen erhalten haben, wie viele Speicher wir zum Beispiel verfügbar haben. Findet ihr auch irgendwo auf dem Board, aber so müsst ihr nicht durch alle Datenblätter graben, sondern ihr findet das viel schneller. Und ja, vielleicht könnt ihr halt einige Leitungen noch weglassen oder sagt euch, dass ihr noch ein, ja, Leitungen mehr braucht für die Demonstration. haben wir gesagt, dass es A2 und A3 ist. Und ja, die Daten sind alle im Speicher, glaubt mir. Und wenn ihr das herunterladen wollt, dann braucht ihr das Datenblatt mit der Größe des Speichers zum Beispiel, wo genau das ihr lesen müsst, welche Parameter ihr übergeben müsst. ist zu kompliziert. Das braucht man jetzt nicht mehr. Man kriegt einfach auch lokalen Export und wählt, ja, wir können dasselbe benutzen, ersetzen. So, dies ist nun ein Dump, also ein voller, die ganze Form binär heruntergeladen. Klickt, jetzt klickt man einfach auf das File und ja, jetzt kann man das halt mit dem präferierten Hexeditor-Tool anschauen. Für die für die Demo ist es jetzt FF. Oh, was ist das? Ein Passwort. Oh. Ja, also es ist wahr, im wahren Leben kann das vorkommen. Da könnt ihr, ja, heikere Daten wie das einfach offen finden in der Formär. Ja, das ist jetzt für die Demo halt und jetzt könnt ihr dieses Passwort benutzen, um die Türe zu öffnen. Das Ziel danach ist zum Beispiel, dass wir das Passwort ändern könnten und am besten noch online. Ja, erster Schritt, wir prüfen mal, ob dieses Passwort tatsächlich das richtige Passwort ist, A, C, D, B. Ja. Also, jetzt probier noch mal. Es tut immer noch nicht. Wo ist das Board? Nein, es ist nicht so einfach. So, das Passwort ist A, C, D, B. A, C, D, B. Und ja, natürlich geht jetzt die Türe auf. Ja, es ist eine Demo, natürlich ist es einfach, aber, ja, jetzt werden wir das Passwort ändern und das Ganze nochmals versuchen. Also, ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel das Passwort auch ganz wegnehmen und damit den Isle of Service machen. wenn ihr irgendetwas da einfügt, das man gar nicht tippen kann mit dem verfügbaren Keyboard, dann könnt ihr das ganze Ding halt den Isle of Service attackieren. Um das Passwort zu ändern, könnt ihr jetzt den ganzen Inhalt auslesen, ändern mit eurer präferierten Software und das Ganze dann wieder hochladen. Ja, das vielleicht können wir auch etwas Kleineres machen, also nur einen Teil des Memories verändern, wo man nur diese vier Charakters halt ändern kann mit einem eigenen Kommando. Also, ja, jetzt haben wir halt eine Handvoll Kommandos vorbereitet für unsere Demo heute. Also, heute können wir das Passwort mit diesem Befehl da ändern, so, damit ihr halt auch seht, wie das mit diesen Kommandos funktioniert. Ein Kommando ist einfach ein Name und die Bytes, die ihr da in diesem Array seht und alle diese Komponenten haben wir im Datenblatt. So, also, jetzt wollen wir das Passwort ändern, wenn das Kommando schon erstellt wurde, müsst ihr es jetzt einfach nur noch ausführen. Ihr seht, ja, jetzt kommt ein Acknowledge zurück um sicher zu sein, dass wir das Passwort tatsächlich geändert haben, lesen wir es jetzt nochmal aus und verifizieren, ob es tatsächlich geändert ist. So, Replace, ersetzen, vollständiger Export, okay. Es ist nicht ganz am Anfang, okay, da. Da sehen wir, dass das Passwort geändert wurde. Der nächste Schritt ist, ausprobieren, ob das Passwort jetzt tatsächlich funktioniert. Jetzt gehen wir wieder zurück auf das Board und benutzen jetzt BBCC. BB B, C, C. Okay. Natürlich. Also das Ziel ist, mit ein paar Kommandos, mit ein paar Klicks könnt ihr das an eurer Hardware rumhacken und das erleichtert die ganze Sache halt sehr. Ihr könnt halt eure eigenen Skripts schreiben, das könnt ihr natürlich auch schon jetzt, aber jetzt im HotSploit ist es einfach zwei Klicks und das ist natürlich, ja ich denke das ist ziemlich cool, einfach mit zwei Klicks mal rasch was anpassen. Ja, ich denke das ist okay für diese Art von Speichern. Wir machen jetzt eine Demo mit dem SPI Protokoll. Wenn ihr ja so das nächste jetzt macht wir jetzt mal alles zu, damit jetzt sicher keine Probleme gibt. Ich werde ein weiteres Kabel anschließen, wenn ihr es erst mal gesehen habt, einfach ich glaube, das ist in Ordnung. Erster Schritt ist derselbe, wir ändern die Kabel, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung richtig ist. Jupp. Oder dasselbe. Wenn man zwei Kabel hat, dann ist es sehr einfach, die Kabel reinzustecken. Wir haben fünf Kabel jetzt. Das ist nicht sehr kompliziert, aber nicht einfach, aber auch nicht kompliziert. Sicher zu sein, überprüfen wir die ganz einfach nochmal. Wenn man jetzt da hinklickt, wenn wir jetzt auch mal die Kamera haben, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, hier haben wir die Pins auf einem Sprite und wir klicken drauf und hier sieht man, dass dieser Pin hier angeschlossen werden muss. und dann muss man das einfach für die anderen Pins genauso durchführen und dann funktioniert das. Wir können es aber gerade nochmal testen. Okay. Ja, es ist schön, alles zu funktionieren. Ja, lasst uns weiter anschauen. Wir haben genau das selben Befehle. Okay. SPI ersetzen. Exportieren. Wir können sehen, dass im Hintergrund gezeigt wird und es sagt, ja, ich bin fertig. Und dann kann man sich das öffnen. Oh, schon wieder ein Passwort. Also, dies war am Anfang der Datei. Wir können die nochmal ausprobieren, sicher zu sein, aber bevor wir da was ändern können, ist im Endeffekt genau dasselbe, möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Also, wir wollen den Befehl zeigen, für SPI. Wenn man einen Flash-Trip hat oder sowas, dann muss man ein Write-Enable und senden. Und dafür muss man einfach hier klicken, das Schreiben enablen, bevor man schreiben kann. Und zuallererst ermöglichen wir das Schreiben. Das ist hier eine Tabelle. Und jetzt können wir öfters Speicher-Chip schreiben. Das ist das Bit, um das zu ändern. Wir haben die Informationen auf dem Datenblatt. Verändern wir die? Okay. Wir sehen, dass wir hier 66, das ist Buchstabe B. und um sicher zu gehen, lesen wir nochmal. Okay. Perfekt. SPI funktioniert auch. Es ist genau dasselbe. Keiner das Passwort ausprobieren und es ist jetzt wieder dasselbe. Und man kann auch versuchen, sechs Bytes zu lesen oder zehn Bytes zu lesen oder so. Dann kann man ein eigenes Befehl erstellen. Sehr einfach, wenn man das häufig benutzen was. Okay. Der nächste Schritt. Wir haben keinen Microcontroller. Vielleicht können wir die Firmware von ihm herunterladen. Wir kennen alle das SDWR Protokoll ja und es ist ähnlich zu JTAG aber für ARM Prozessoren. Also es ist leicht abgeändert das Protokoll das ist sehr gut dokumentiert und für das JTAG SWD muss man das Komponente nicht erstellen sondern es ist ein einfaches Menü und es hat vier Optionen Detect, Export, Import, Export und Löschen. Zuerst müssen wir schauen, ob alles richtig angeschlossen ist. Dann verklicken wir auf Detect und im Hintergrund die Firmware geladen und dann wird das ausgeführt und wir haben hier einige Informationen im Moment sind das einfach nur SDWG Modul für Hartz Projekt und im Moment hat man die ganze Information vom Ziel hier und später kann man die Komponenten auslösen. Wenn man das Datenblatt von dem Chip liest, braucht man nur diese Informationen diese Adresse mit dieser Größe lesen und man kann die Größe direkt vom Microcontroller lesen. Also super, es ist automatisch ein automatisches Werkzeug, weil es das Protokoll benutzt und da sind die ganzen Informationen drin, die benötigt werden, um den Flash auszulesen. Wenn man nur JTAC anschließt und sicherzustellen, dass alle gerade richtig sind und danach die Daten importiert oder exportiert oder herunterladen, dann wollen wir die Daten herunterladen und das wie zuvor. Wir suchen eine Datei aus. Firmware.bin Jupp. drunter. Drunter. Okay. Jupp. Und wieder. Hier haben wir die Firma auf dem elektronischen Schloss. Ohne irgendeine Lese Überwachung Lese Schutz. Wenn wir die auslesen können, auch in Read-Only, dann hängt es ab vom Microcontroller. Meistens kann man die Firmware einfach so auslesen. Aber bei OpenOCD ist es ein sehr gutes Werkzeug. Brauchen wir einfach ein Framework, wo die ganzen Werkzeuge zusammenarbeiten. Und dafür haben wir Hardpoint exportiert. Wir wollen ein Werkzeug mit zwei Klicks für SQC und ein Werkzeug für SWD. Ich bin ein Expert für Hardware-Hacking und ich brauche und ich muss nicht meine Zeit damit verbringen, nur eine Brücke zwischen der Hardware und der Software zu erstellen. Und jetzt mit wenigen Minuten kann ich den ganzen Inhalt auslesen. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, was dort passiert ist zu reverse Ingenieuren. Dafür haben wir dieses Werkzeug erstellt. Wir benutzen das inzwischen täglich. Wir haben eine String hier unten in dem serielle Kommunikationen stehen und kann ich den Inhalt lesen. Man kann eine Hintertür einbauen, wenn man das möchte. Wenn man eine Firmware danach modifizieren möchte. Wir haben eine Checksumme Kontrolle. Das ist kein Sicherheitsfeature. Kein ekliges Problem für uns. Wir löschen den ganzen Firmware-Inhalt und wir lesen nochmal und schreiben die Firmware erneut wieder drauf, um zu zeigen, dass man die Firmware runter- und hochladen kann. Sehr einfach. Auf dem Ziel mit ein paar wenigen Klicks. Also wir löschen den Inhalt. Sind Sie sicher? Ja, wir sind sicher. Lassen Sie es einfach machen. Okay. Nein, wenn man jetzt das Passwort eingibt, möchte mit der Tür, dann wird das einfach nicht funktionieren. Wir können wenn man das zeigen konnte, wenn ich jetzt irgendwo drauf drücke, dann passiert nichts, kein Licht. Natürlich, die Firmware fehlt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt importieren wir die Firmware wieder. Vielleicht sollten wir die Firmware behalten, ändern, den Namen. Einfach den auswählen. Okay. Hotspot schreibt die Firmware. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Es startet neu, wenn ich jetzt auf die Knöpfe drücke, dann sieht man das Licht wieder. Also, ist alles perfekt. Das Schreiben funktioniert. Mit einem einmal klicken und drei und zwei Sekunden. sehr viel Spaß damit haben. Hier ist ein sehr bekannter Router, ein linkstes Router. Links ist benutzt zum Beispiel, man schaut, was es öffnet ist, man schaut, was da an Query-Coins-Sachen drin ist, man sieht einen Speicher-Chip, der den Parallelbus benutzt und ist immer gleich aufgebaut. Man löst es ab, man löst es auf der eigenen Platine wieder auf, man hat eine eigene Platine erstellt. Das Problem ist, es ist sehr klein, es ist ein bisschen schwer, die Kerbe dran zu löten. Da sind die Kerbe einfach ein bisschen schwer dran. Wenn man keine eigene Platine macht, dann kann man einfach diese benutzen. Als elektronischer Ingenieur ist es nicht kompliziert, so eine Platine zu machen, aber für einige Hobbyisten oder Leute, die es nicht darüber auskennen, die können einfach schon einen vorhandenen Socket benutzen, ohne daran löten zu müssen. Jetzt dass Sie verstehen, warum wir 64 Pins haben, weil beim Parallelbus braucht man viele, viele Verbindungen. Wenn Sie dieses Kabel verbinden wollen, wenn Sie Hartzpolt benutzen, für jedes einzelne Kabel, das wird immer sehr interessant, wenn man ungefähr 60 oder 64 Kabel verbinden möchte. Wir konnten den Inhalt herunterladen, das ist genau derselbe Prozess, den wir früher gesehen haben und ich glaube, es war OpenWRT Firmware, keine Ahnung, wie die da drauf gekommen ist. Wir werden es jetzt vorführen, aber es ist im Endeffekt genau gleich. Heute ist kein Reverse Engineering Talk und darum erkennen wir das jetzt nicht. Es ist nicht wirklich die Firmware, sondern das Squatch FS. nur das File-System. Wir mussten jetzt wieder neu mounten, aber das ist relativ einfach. Das ist offene Firmware, also ja, nicht sonderlich interessant, sich das anzuschauen. Es ist hauptsächlich zum Testen, also reine Demo. Jetzt sind wir fertig und wenn Sie jetzt noch mehr darüber erfahren wollen über das Projekt und uns folgen wollen, dann können Sie auf die Webseite gehen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann stehen wir für die jetzt gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank für die wunderbar interessanten Vortrag. Die Demo-Gots waren bei uns. Viele Live-Demo-Zeit und sind da irgendwelche Fragen im Publikum? Ja, ich sehe eine Frage da drüben. Bitte zum Mikrofon gehen und ja, 64 Input-Bits kann man auch eine externe Uhr an dem Netz-Span Parallel-Bus zu machen und das dann auf den PCP mit dem internen Clock machen. Für Parallel brauchen Sie brauchen Sie einen Asynchronen-Modus also muss man den Clock nicht unbedingt verbinden aber wenn du willst dann kannst du auch eine eigene Form erschreiben und den Clock von deinem System benutzen dann musst du aber den Clock hinausführen sodass man ihn vom FPGA generieren kann. Also einfacher gesagt es ist im Allgemeinen einfach asynchron und man generiert die Adresse und es funktioniert ganz gut. Welche Clock Rates können wir benutzen? Welche Geschwindigkeiten vom FPGA? Es gibt noch keine Beispiele dafür aber es geht um die Verzögerung wie lange die Signale von A nach B brauchen bitte verlassen Sie den Raum leise wenn ihr wirklich den Raum jetzt schon verlassen müsst Es gibt eine Frage aus dem Internet ja hier hinten können Sie etwas darüber sagen über die Unterschiede zwischen Hatzpoit und eventuell in einem anderen FPGA Entwicklungskit zum Beispiel im Zeitraum Starter geht mit einem Erweiterung Spot Wir haben dasselbe FPGA also ja natürlich wenn man meine Firma hineinsteckt dann verhält es sich gleich ja aber vergesst nicht man muss das FPGA programmieren dafür kann man Blaster zum Beispiel benutzen oder ein externes Werkzeug Tool hier brauchen wir nun einen Mikro Kontroller der das externe Memory speichert also der den Bitstream in den externen Speicher schreibt wir haben so eine große Brücke zwischen dem FPGA und dem Rest und so mit dem Graphical mit dem GUI also wir und dann das ganze kommuniziert zum FPGA und im FPGA ja da haben wir zwei Module den Hartzblatt Kern der halt die Kommunikation mit dem Mikrocontroller managt und jetzt haben wir ein Modul also wenn du zum Beispiel SPI brauchst dann wähl es einfach eine SPI State Maschine aus FIFO First In First Out Speicher dann reicht das und dann macht der Core also das Ganze wieder also ja man hat man kriegt eine Reihe von Daten in Ruby schlussendlich und ja eine FIFO und VHDL und eigentlich können sie machen darin was sie wollen ja es ist war man kann das Demo Board benutzen und ja muss es halt man hat nicht den ganzen Prozess hey die nächste Frage da drüben von der Seite ich habe keine Fragen ich habe keine Platinen des Schematischen zu sehen werden sie die veröffentlichen ähm im Moment reden wir nur darüber wir wissen noch nicht also das GUI ist offen man kann es benutzen und man kann auch die API benutzen auch die ist offen und jetzt kann man ja halt eine kleine Zeile Code benutzen um mit ASPI zu reden und die nächste Zeile ist zum Beispiel dann Daten herunterladen also mit zwei Zeilen Ruby Code ist das gemacht mit den Schemas im Moment ist es nicht offene Hardware aber vielleicht enden wir das eine zweite Frage ist ist ein großes Projekt für eine Community weil sie können wahrscheinlich nicht die ganzen Sachen implementieren ja natürlich also das Ziel von HardSploit ist eine Datenbank zu erstellen wie bei Metasploit und ja ihr seht wir sind nur fünf und ja das ist jetzt für die Demo aber wir haben ein Problem weil wenn man ein Experte ist dann ist das nicht so kompliziert ein ja dieses Target anzuschliessen also dass es alle Leute benutzen können mit zwei Klicks aber im richtigen Leben ja der nächste Schritt wäre jetzt halt eine Community zu erstellen aber das reicht nicht da haben sie recht wir müssen Hardware Module haben und dafür versuchen wir das die Schemas zu ändern um ja ich hoffe die Frage ist damit gearbeitet beantwortet wir brauchen eine Community um die Komponenten zu teilen die sie erstellt haben also jemand der nicht weiß wie man mit einer spezifischen Komponente umgehen muss der könnte diese Komponente dann online finden herunterladen ins Hartz Leute laden und ja kann es dann einfacher für den im Moment ist es eher für intern und ja ihr seid hier so also es scheint daran interessiert also vielleicht können wir das Ganze ändern ja und das Ganze ist halt auch noch immer in Entwicklung und es ist alles noch nicht so ganz sicher wie es weiter geht wir denken ja natürlich könnten wir vielleicht das mit euch zusammen machen nächste Frage doch eine Frage aus dem Internet wenn Sie bekannte Limitationen von Hartz Breut schon reden gibt es irgendwelche Kompeten und Protokolle die noch nie benutzt werden können oder niemals supportet werden können dass die Grenze ist die sieben Nanosekunden Latenz alles was darüber ist kann man bearbeiten dann ein anderes Problem ist das interne Memory vom Cyclone 2 das es ist etwas kompliziert die Frage so allgemein zu beantworten weil ja das Hartzblatt ist ein Framework ein vielseitiges Framework und das Limit ist ja diese sieben Nanosekunden darunter geht nicht und ja ja vom im Moment sind wir nicht limitiert vom FPGA mit den Features die wir haben also ja diese Frage von hier vorne ja ich denke die Zeit das größte ist immer noch den Chip die Daten Platz zu finden und den Chip zu modifizieren es ist wunderbar eine Plattform zu teilen ein Zwischenschritt ist wie weit seid ihr wie groß ist eure interne Datenbank die ihr im Moment jetzt gerade habt wenn ihr das bekommt veröffentlichen oder verkaufen würdet ohne diese Plattform zu haben also was wir in der Datenbank schon haben sind die ja also die Komponenten mit denen wir arbeiten die sind da drin denke ich wir können also wir haben Komponenten für jeden Bus und halt ja Kommandos wie sagen Befehle damit die Leute damit arbeiten können als Beispiel Code quasi und ja ihr könnt natürlich full Dumps und Export von Firmware machen das ist alles voll automatisch ihr müsst einfach sagen wie groß eure Memory ist also wenn ihr 64 Kilobyte Speicher habt und so weiter dann ist das eigentlich dasselbe wie bei einer anderen Größe ihr müsst einfach die Größe ändern und die Größe das steht meistens im Datenblatt also man muss wenig anpassen ja es wäre vielleicht eine gute Idee um etwas erben zu können von Chips die man bereits hat und so also man kann eine existierende Komponente als Vorlage benutzen für neue noch zwei weitere Fragen kann man die Erstellung des Erkennen von JTAG und Serial Interface zu benutzen und an welchen Punkten man sich andöten muss ja für JTAG und ASWG sind wir meistens auf dem Board und so weiter also ja es ist wahr in diesem Beispiel wissen wir was unsere Ziel Hardware ist also darum ist es einfach wir wissen wir müssen ASWD benutzen aber ja wir haben einfach zwei Leitungen und man muss halt das Datenblatt lesen und finden wo man die Clock findet vom ASWD und so den Pin auf dem Board findet und für HardSploid können wir also die die Frage war ja wie kann man ASWD zu Hardware oder zum Ziel Hardware verbindet und ja also schlussendlich hat man eine ähnliche Funktionsvielfalt wie bei JTAC also wenn wir jetzt annehmen dass sie ein Board haben ohne also ohne Beschriftung und nichts wie wird es dann gehen könnte es das können könnte es das automatisch erkennen nein im Moment kann es das nicht man ja sonst funktioniert das sind halt nicht aber ja es ist ein FPGA und man könnte natürlich einen Algorithmus kreieren im FPGA der das Brutforce ähnlich herausfinden könnte das ja das ist sicher auch einer der nächsten Schritte die wir implementieren möchten Autodetektion von wo ist welcher pin angeschlossen aber es ist eigentlich nicht das ursprüngliche Ziel das ursprüngliche Ziel ist das Framework mit dem man jetzt anarbeiten kann und wir möchten jetzt alle guten Tools mit diesem Framework zusammenfassen Vielen Dank für die Fragen die Speaker werden vielleicht draußen für die Tür warten für weitere Fragen aber ich bitte ich denke Sie können sie nochmal einen großen Applaus geben Vielen Dank für den großartigen Vortrag